Ja, Moment, wir haben das so... Können Sie sich kurz zu mir drehen? Können Sie, das muss ich... Ja, das machen wir dann, ich mag ja was. Das sind aber, wenn Sie jetzt gegen das Spiel bleiben, das ist irgendwie... Ich stehe ja eben da, und wenn Sie hier kommen, dann haben wir einen Klingel. Okay, machen wir so. Wir haben eine schöne Schlange. Ein schöner Pichel. Jetzt! Unfall! Unfall! Oh! Oh! Ich sage jetzt... Alles gut. Passe hochschauen. Hoi! Heute! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! So, so wichtig hat es jetzt auch nicht. Ich muss das mal lesen oder zeichnen, gell? Geht los. Zeichnen ist denn hier im Tag? Es wird schwierig geworden, wenn man drei Sachen zeichnen könnte. Meine Meinung ist, dass man das Zeichnen einfach rot und so ist. Sind Sie auch hier sicher? Nein. Mich nervt. Nicht. Wir wollen auch nicht sagen. Du weißt, um den roten Termin zu zeigen? Genau. Entschuldigung, richtig. Schönen Abend, danke. Oh, war ich mit dabei? Ja, super. Das wollte ich nicht. Machen Sie? Machen Sie. Wissen Sie? Ich muss jetzt noch einmal kurz mal sagen. Guten Morgen, ich hab Sie noch mal kurz gegriffen. Wunderbar. Ihrbleiben! Dankeschön. Vielen Dank.